hallo und herzlich willkommen zurück zu days gone wir wollen mal gucken was hier los ist wir sollen ja dahin damit ihr noch mal bescheid wisst was läuft trifft ich mit ricky beim friedhof des lost lake camps das wohl der anderen mal gucken jetzt krieg ich wahrscheinlich star story mission die stadt noch missionen okay hey die hat das gemacht wunderschön oder danke ja das ist aus einem stück rotholz das mike aufbewahrt hat er hat mal erzählt dass er was draus machen will wenn sich alles beruhigt hat so was wie ein schachbrett warte was er hat kein schach gespielt ein und mal kein schach gespielt nein nein aber das ist der punkt dass ein tag kommen wird an dem sowas wieder wichtig ist was steht da frag mich nicht ich hab's nur geschnitzt es ist ein altes hindu sprichwort ich kenne es von meiner mutter es bedeutet flüsse trinken nicht ihr wasser bäume essen nicht ihre früchte und wolken schlucken nicht ihren regen was große haben dient immer dem wohl der anderen wie findet ihr es ja das von dir ist hätte es ihm bestimmt viel bedeutet ja ich glaube wenn mark hier wäre würde wahrscheinlich was sagen wie was zum teufel soll das heißen ja nein du hast recht er hätte gesagt was zum teufel soll dann warum zum teufel steht ihr hier so rum die welt rettet sich nicht von selbst verdammt an die arbeit wieder richtig na los an die arbeit so habe ich dir schon mal erzählt wie iron mike damals eddie und mich zum ersten mal in der lodge vor dem kamin erwischt hat das ist lustig wir hatten uns umarmen nein wir waren voll dabei das erste mal und iron mike kommt raus und er sieht uns an er hatte dieses grinsen ich grinsen du bist super okay das wohl der anderen 27 prozent okay wetten jetzt kriegt da aufträge obwohl wir alle taten dinge 100 prozent wir alle taten dinge der scheriff die alten taten dinge die welt ja das werden wir auch gucken alle taten dinge das heißt wir gucken weiter wir werden noch weiter mal gucken wir fahren jetzt mal wir gehen jetzt mal zum reparaturservice dann gucken wir mal hier okay ein bisschen rum gucken war hahaha aber hier haben wir noch nicht glaube ich drei erreicht hier wird den nicht deswegen sag ich ja wir kriegen bestimmt noch hier aufträge müssen nur raus fahren rein fahren aber wir gehen jetzt erst mal zum reparaturservice dann haben wir uns das teil und dann fahren wir mal raus und wieder rein dann gucken wir mal kein job verfügbar gleich aber schön dich zu sehen wie geht's dir was ist zu sehen was ich hab nachtanken ich mach voll also das hat ich ja noch nicht geil so optik nix nix lackierung vielleicht das das auf das hält erstmal weil ich das einfach mal machen wollte ganz einfach gute wahl schick und robust gedärme das ist geil aus okay wir fahren wir auch wieder rein gucken mal ich bin hier falls was ist okay fahr mal raus haben wir noch irgendwas nicht dass hier irgendwas ist und hordenkiller auf die horde wir schauen uns die horde mal an wir schauen uns die horde mal an wir gucken uns die horde mal an vielleicht kommt da was jetzt weiß ich nicht ob sie minuten naja ausreicht die folge auf jeden fall nicht werden wir uns noch eine horde widmen außer wenn die jetzt was sagt pass auf ich muss gerade was gucken ich hoffe nicht dass ich ausschalte also ich komme gleich wieder okay und na klar also ich hab da was also man soll alle nebenmissionen abspielen ich glaube ich habe jetzt alle nebenmissionen also ich müsste jetzt alle haben und dann stand drin irgendwann wird er sich schmelden ja über das rückgerät wir können jetzt ein bisschen durch die gegend fahren einfach mal gucken oder wir können horden töten das ist natürlich so die frage für sich wir können aber auch sagen wir mal hier oben aber das ist so in der höhle das ist aber auch nur horde wir machen die wir versuchen mal die horde zu machen das ist auch eine horde gucken wir mal auf den das freischalten können wir fahren mal dahin ich denke ich meine es ist eine gute situation die wir machen wir fahren zu dieser horde und gucken mal wie wir die geplündert kriegen jetzt haben wir schon versucht die ganze zeit schon wir sind in dieser höhle drin mal gucken ob wir da was machen können wir müssen mal gucken ganz genau wie das ging da steht leider keine zeitangabe oder so nein 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 Das stimmt. Was ist denn hier los? So. Schrott haben wir nur sechs. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir Schrott sammeln. Genau, das können wir machen. Ab zurück. Zum Motorrad. Na, gucken wir mal, wann wir Schrott finden. Oh, scheiße. Ja, das Problem ist halt, du hast ja schon alles hier ausgemerzt. Jetzt, ne? Wir müssen da zur Höhle. Wir müssen gucken, dass wir das hinkriegen. Oh, notvoller Blut, ey. Oh, leck mich doch, Amtel. Oh, fischschluck! Spät. Dann mal los. Es geht weiter. Ach, leck mich doch magisch. Ich komme gerade runter. Okay. Wir warten jetzt eigentlich im Prinzip nur auf den Typen. Okay. Okay. Denkungsgerät, Bewegung! Bitte! Er hat mich festgesetzt! Ich bitte! Wir haben ihn erwischt! Gott sei Dank! Oh! Oh, shit. Oh! Huh? Oh! Deteträgerät! Oh! 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 Hey, 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 hey! Hey, hey! Come on! Die wurden zerfleischt, ohohohoho Okay Fahrruf an, scheiße Yeah Ruf an, du scheiße! Ich habe einen Anschluss, was glaubst du denn? Die Drifte, der sich dabei kommt aneinander. Es geht bestimmt um dein Bike, oder? Wir haben alles Mögliche da. Füll auf! Das Bike sieht übel aus. Komm bald wieder! Ähm... Fahren wir weiter? Bis bald. Ich mach dir auch. Okay, hier fahren wir weiter. Ja, das ist echt so cool. Das ist das andere Teil. Wir haben jetzt hier gespeichert. Dann wisst du Bescheid. Da müssen wir leider immer starten. Okay. 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 Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Okay. 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 Mal gerade. Mal gerade. Was mich stört, ist immer noch das hier. Das sind's jetzt. Weg. Okay. Warte mal. Warte mal, wo ist denn hier. Äh. Markierung setzen, weiß ich nicht. Ich habe hier eine Markierung gesetzt, ne? Hodenkiller. Ha! Ähm, Hodenkiller. Das ist da oben. Ich bin jetzt hier unten, ich muss aber da oben hin. Okay. Ja, 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 ja. Ja! Ja, ja. Problem, ich hab nicht mehr viel an Zeug. Ich guck nochmal gerade. Wir sind ein bisschen verstreut, aber guck mal ob bei denen die erste Fliege ist. Erse. Aber die Erse. Weiter. Schau. Abvenue! Nachdem Sie das? Schau! Paw! Seid ihr gesehen? Geh! I'll run. Screw it. Das war doch nicht gehortet, glaubest du nicht? Das ist nicht die Schordel, das ist nicht die Horde, das ist das Problem. Was ist denn da vorbei? Warum auch immer. Da ist doch der ist da unten. Ja, der ist hier drunter. Ich sag das eins, ich muss grad mal speichern. Die war da, der war so ein Höhleneingang. Da war das auf jeden Fall. Da hört man die schon, ne? Ja! Krass! Krass, krass, krass. Na gut, wir haben jetzt gespeichert. Ich guck jetzt mal gerade, ob da diese Höhle ist. Die sind jetzt eigentlich alle raus, ne? Das müsste ja hier die Höhle sein. Ich will jetzt einfach mal gucken. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich will jetzt mal hier drunter her. Die müssen doch von der Höhle sein, ne? Warte mal gerade. Weiter oben, aber das irgendwie... Wie? Ach, hier ist sie. Ich versuch's mal. Lauf mal rein. Wir laufen einfach mal rein. Entweder sind wir tot oder sind wir nicht tot. Ah, ein Nero-Signal. Okay. Wo ist es? Ja, ein Nero-Injektor. Dann schlaf ich wenigstens nicht ein. Ah, ein Mikro-Rekorder. Hallo. Rückzug! 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 Was für ein Teufel ist das Rundling? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der verdammte Wissenschaftler ist... Traum wir jetzt. Was machen wir jetzt? Zurück! Zurück mit uns alle! Kein Ausweg! Feuer! Feuer! Nein! Nein! Oh Scheiße. Was zur Hölle war das? Ich hoffe, ich werde das nie rausfinden. Wir müssen jetzt weg hier. Wir müssen jetzt hier weg. Das Hotel. Wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier. Wir kommen zurück. Ei, 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 ei. Aber wir haben den Einen gekriegt. Wir haben den Einen gekriegt. Jetzt hör mal. Wir haben den Einen gekriegt. Wir haben den Einen gekriegt. Das ist ja heftig. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht da zurück. Weil die waren ja jetzt da drin. Weil die waren ja jetzt da drin. Da müssen wir bis zur Nacht wachen, bis die weg gehen. Oder was? Krass. Schnell rein. Da und dann eh. Und dann? Dann müssen wir hier den noch finden. Hier. Den hier. Okay. Wir fahren da mal hin. Oh, ey, ey. Das wird doch was geben. Also, der Speicher ist. Wir haben den Einen gefunden. Der ist ja Hammer. Wuuu. 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 Wenn wir den Nero Teil noch haben, Moor. Ja, krass. Geh! 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 Okay, gespeichert habe ich. Haha, okay. So, ich würde aber sagen, danke fürs Zugucken. Wir machen nur eine Folge. Und gucke mal, vielleicht ruft ihr ja an, wenn ich den Nero-Teil mache. Ich gucke mal. Ich danke fürs Zugucken. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Like. Abonnieren. Teilen. Glocke aktivieren. Und abonnieren. Mein Kanal aktivieren. Ich danke fürs Zugucken. Euer Ball, euer Sein. Und Rock'n'Roll sage ich dann nur. Tschüss.